Hier, Karte für dich. Danke, Tobi. Fick dich. Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen für alle weiteren unter HWSQ. Wir brauchen Ründchen Uno. Es ist genau das Ründchen, was wir in der letzten Folge angefangen haben. Was soll das denn, Pan? Was soll das denn, Pan? Boah, das ist fantastisch. Warte mal, was machen wir überhaupt für Thumbnails hier? Pan, warum hast du immer Aussehen gehabt? Was soll die Scheiße? Boah, das regt mich auch. Ich hab auch so einige gehabt. Das ist unfassbar. Super ätzend. Jetzt beschwert es sich auch noch. Ja, alles klar. Das ist doch immer nicht wahr. Mann, 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 ey. Unfassbar. Boah. Du bist so eine Kuh. So eine Kuh. Alter, das gibt's nicht. Das ist unfassbar, ey. An die Damen, ich benutze sie das Single. Ach, der Flech. Ach, der Flech. Mann, ernst. Ey, warum regst du dich so auf, Tobi? Wolltest du mir was geben? Nein. Ach so. Tobi, was wünschst du dir? Komm, sag. Alles aus dein Geld. Sag, komm. Nein, du machst doch eh was anderes. Nein, ich schwör auf alles. Grün. Grün. Oh, was ist das? Hast du den Heiligen Samariter heute oder was? Ey, willst du mich verarschen? Guck die letzte Folge an. Dann wirst du sehen, wer hier Samariter ist, ja? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Na toll, Paaren gewinnt wieder. Alter, das darf nicht wahr sein. Sauber. Ja, geil. Ihr merkt das aber auch schon, wir müssen gegen Paaren spielen. Ich hab ja nie UNO gespielt für die Paaren. Nur ihr zwei könnt gegen Paaren spielen. Jaaaa! Nein! Was? Was? Sieh, wir spielen eine, eine fucking Minute. Eine fucking Minute spielt die UNO. Ja. Okay, das war diese Folge. Bedankt euch bei Paaren, dass sie jetzt schon zu Ende ist. Könnten wir die noch auf 10 Minuten eine Sekunde strecken, bitte? Alter, das ist so eine Witz, ey. Was war das denn für eine Runde? Kann man das rausschneiden, bitte? Ich hab noch nicht UNO gespielt. Ähm, wer fängt an? Ich hab noch nicht UNO gespielt. Alles klar, Tobi. Hä? Alles klar, alles klar. Aber war ein guter Zuge. War gut, dass ich die zwei ziehen musste. So. Hey Tobi, ich hab dir nichts getan. Hör auf, lass es bitte. Ich weiß, ja, ich weiß. Ja, ist gut. Hier, kriegst du dein Schwuppenrot. Ey, danke. Schwuppenrot. Was ist das denn, Alter? Was ist das für eine Ansage, Tobi? Was ist das für eine Ansage? Ja, Panik, sag mal wieder dies. Sag mal wieder dies, Pan. Ja. Ja, danke Tobi. Sehr gut. Aus. Danke. Alle klar. Danke, Tobi, danke. Ich konnte leider nichts anderes kriegen. Danke, Tobi. Danke. Danke. Danke, Tobi. Danke, Tobi. Ich hab dich echt gern. Das ist super. Mann, Karin, musst du jetzt die Farbe ändern? Alter. Du beschwerst dich hier, willst du mich fahren? Ja, geil. Hier, komm. Blau hast du beschrieben. Ja, geil. Ab geht's, Pan. Geil, Pan. Ja, fuck. Drehen wir die Runde um, Erik. Hä, warum? Achso. Warum nicht? Alles klar. Würde ich gerne. Kann man doch mal machen, ey. So. Ja. Ja, Moin. Ja, Moin. Ja, Moin, Tobi. Ja, Tobi, geil. Danke dir. Oh, Pan. Das tut mir echt, Pan. Oh, Pan. Das tut mir echt, Pan. Nice. Boah, das ist aber nicht so meine Farbe, wirklich. Ach, ganz ehrlich, was ist denn hier? Das ist doch nicht wahr. Nein, du kannst das doch nicht wahr. Boah. Ey, Alter, Alter. Das sind viele Karten, ey. Oh. Ja, das ist doch nicht wahr. Wenn ich die Runde gewinne, dann können wir echt aufhören. Ja, komm. Fickt euch, fickt euch beide, Alter. Alter, die hat natürlich noch mal zwei ziehen, weißt du? Jetzt hast du noch mal, warte. Mann. Oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Wie, wie, oh, warte. Oh, nein. Jetzt hat sie wieder vier ziehen. Richtung ändern, schnell. Nein, auf keinen Fall. Es bin zu gut. Nein, nein, keine Sorge. Danke. Mann, wenn du ein... Ja, geil. Mach grün. Oh, ja. Entschuldigung. Grün wär auch egal gewesen. Willst du mich verarschen, Tobi? Krieg ich Karot. Du Baster. Oh, Gott. Grün, Mann. Rot, Mann. Dankeschön. Hat dich schon gedrückt. Ah. Jawoll. Ja, toll. Ich kann nicht legen. Sauber. Fand ich's super. Ja. 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 Oh, Mann. Ja. Ja. Tut mir leid, Curry. Ich hoffe, du kannst drauflegen. Wow. Man kann auf die plus vier gar keine drauflegen. Ja, doch. Ging doch vorhin auch. Ich hab doch vorhin auch acht gezogen. Ich weiß, aber das ging bei mir irgendwie nicht. Alter. 17 Karten, ey. Waaah. Verdank dich bei Erik, er hat umgedreht. Vor allem, es sind halt wirklich alles nur Zahlen. Ich hab nicht mal irgendwelche Special-Dinger. Tut mir leid. Ja, wow. Oh, ich darf nicht lachen. Du hast 17 Karten und zum Schluss darfst du noch mal aussetzen. Na, wat, ey, ey. Hey, Pan. Emil? Oh, schön. Ah, scheiße. Alles klar, ciao. Hier, Tobi, komm. Alles klar. Tobi, warum? Warum, Tobi? Was hab ich denn jemals getan? Was hab ich denn jemals getan? Ich denk nur an die erste Folge. Tobi muss sechs ziehen. Ja, ja, das ist halt lustig. Bei anderen ist das immer lustig. Ja, ich weiß. Alter, rot, ey. Ja, natürlich. Komm, du hast 15 Karten, da wird doch wohl eine rote dabei. Nein! Nice, vielen Dank. Fuck. Oh Mann, hör doch. Oh ja, nice. Fuck. Ich hasse dich, Tobi. Kann ich irgendwas tun? Ja. Ey. Fahren? Ja. Ich überlegen. Oh nein, oh nein. Ey, komm, ey. Irgendwann, ne, da kriegst du alles zurück, Alter. Irgendwann kriegst du alles zurück. Ich will nicht die letzte Runde gewesen sein, mein Freund. Ich hab jetzt eh gleich wieder 20.000 Karten auf dem Deck, pass auf. Ich hab jetzt eh gleich wieder 20.000 Karten auf dem Deck. Ich hab jetzt eh gleich wieder 20.000 Karten. Ach, komm mal den Kopf zu, Alter. Oh no. Oh no. Hier. Hier, du hast eh kein Grün. Mann! Okay, das ist eine Karte, die er da gerade zu tun gekriegt hat. Hier, du hast eh kein Grün. Can I fuck you? Doch, er hat kein Grün. Stimmt. Ja, auf jeden Fall kriegt er nur zwei. Tobi, warum? Jetzt aussetzen, komm. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, Erik, wie ist das? Karma is a bitch, ha? Wer zuletzt lacht, Tobi? Wer zuletzt lacht? Komm, dann gönn mir doch mal ne zwei Sekunden Spaß. Oh. Ja, Tobi, ne? Alles klar. Bisschen, bisschen Pause, Tobi. Bisschen Pause. Nein, anlasse. Ah, was los? Boah. Ich überlege. Voll drin im ESL-UNO-Kuddel, Alter. Ja, lass ESL-UNO, Alter. Ja. Ja. Wusstet ihr das irgendwo? Es gibt eine Schnickschnack-Schnuck-Weltmeisterschaft. Warum, Tobi, von allen Farben? Ja, ohne Scheiß. Und die rasten, das ist glaube ich irgendwo in Japan oder so, die rasten so aus, Alter. Schnickschnack-Schnuck-Weltmeisterschaft. Und die waren dann so im Finale, im Finale und dann hat die so gewonnen und alle so, die fing das mal an zu wollen. Voll geil. Ich muss das sehen. Das ist so geil. Ey, Tobi, kein Blau oder was? Na, komm. Ey, ich hab zwölf Karten, will jemand? Ich tausche. Ich hatte mal eine. Oh, geil. Nice Fun, GG Fun. GG, Alter. Alter, was soll das, Tobi? Epic, epic einfach nur. GG, Tobi, Alter. GG. Ich hab' sie. Lol. Boah. Jetzt kann ich leider nicht mehr mitmachen. Schade. Ach, das ist doch jetzt mit einem scheißverkackten Gelb. Was macht der jetzt? Ich überlege. Wenn du kein Gelb hast, hast du kein Gelb, ey. Der holt auch eine Karte aus dem Ärmel raus. Ach, nö, ja. Warum? Du hast doch sicher nicht andere Karten, die du legen kannst. Nein, hab ich wirklich nicht. Das war die letzte Gelbe. Ey, wenn ich in deine Folge reingucke. Wenn ich in deine Folge reingucke und du hast andere Karten, dann mach ich so'n fetten Hate-Kommentar unter deinem Video, Alter. Oh, oh, oh. Was war das? Oh, scheiße. Danke. Oh, no. Oh, der verkackte Tobi, Alter. Oh nein, der hat rot. Der hat rot. Hä, woher war's los? Der hat rot. Der hat rot. Komm, machen. Nein, ich kann nicht rot. Oh, Alter. Ja, boin. Nö. Stimmt, stimmt. Ah, nee. Ich muss echt mal lernen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen hätte liegen können. Ne, ich hatte einfach keine drei. Ach komm. Tobi, ich leg jetzt alle Karten, die ich kriege, leg ich auf dich drauf, ey. Hä, warum? War du schon wieder 2-4-10-8-10-2-10-2-10-2-10-2-10-2-10-2-10-2-10-2-10-2-10. Okay, tschau. Ein richtiger Lachs. Ein richtiger Lachs, Junge, ne? Einfach mal legst du richtig so einen Barsch gegen den Kopf auf. Danke, Pan, danke. Ach. Hier. Ja, gönn dir. Alles klar. High Five. Ach, warum denn, Alter? Gönn doch mal Spaß. Die Beine wieder, ey. Gönn doch mal Spaß. Gönn mal Spaß, Junge. Gönn dir mal Eiran. Gönn dir mal Pause, gönn dir mal Pause. Du bist so fein, Alter, du Spaß, Junge. Boah. Ne, hast du nicht gemacht. Oh, krass. Oh, krass. Hast du nicht gemacht. Shit, ey. Boah, du bist so eine Sau. Was? Aber wieso konntest du die jetzt gegenlegen? Ich versteh das nicht. Das geht, das geht. Das geht, wenn du eine hast. Ich hatte vorhin eine. Oh, Tobi. Schade, ne? Schade, Tobi. Ja, ich wär ruhiger an der Stelle, Curry. Du weißt ja nicht, was ich gezogen hab. Ja, du weißt ja nicht, was ich gezogen hab. Ja, geil. Oh nein, bitte nicht. Geil, Curry. Ja, geil, Tobi. Pass mal auf, Alter. Irgendwann ist und so weiter, kriegst du die Krütung, Mann. Da kriegst du die. Ja, geil. Kann ich absetzen, ne? Hehehe. 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 Ähm. Ja, komm. Hehehe. Hehehe. Soll die Musik eigentlich beruhigend werden? Ja, ich find die voll geil. Geil. Die wirkt wie so eine Dokumentation über Afrika, ne? Hehehe. Hehehe. Spielen. Los. Spulen. Mach doch mal. Spielen. Jawoll. Oh, Zollat. Geil. Manch. Hehehe. Das ist definitiv die falsche Farbe gewesen. Ja, aber für mich nicht. Ja, das ist das schlecht. Ja, geil, Curry, Alter. Geil. Wenn Curry jetzt nicht gewinnt, ist das gut. Hehehe. Hehehe. Spulen. Das ist definitiv die falsche Farbe und Zahl gewesen. Scheiße. Gott sei Dank. Oh Mann, ey. Was ist hier los, ey? Boah. So, kleiner Farbwechsel. Hehehe. Ist immer nett. Ist echt nett, ne? Ja. Find ich echt nett. Farbwechsel. Oh, die 7, die ist echt gut, Tobi. Ist echt schön. Nein. Finde ich auch voll gut. Nein, hör auf. Nein, hör auf. Alter. Oh Gott. Ist auch mal ne gelbe Hut, ne? Das Problem ist, was soll ich machen? Was hat sie nicht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann mich machen. Oh nein, sie hat Rot. Sie hat Rot. Sie hat 100 Pro Rot. Doch, sie lacht jetzt gerade. Sie lacht. Sie lacht. Hard lacht. Ich lache nicht. Doch, doch. Ich lache wirklich nicht. Das ist geil, Erik. Doch. Wie fett sie lacht. Kannst du dich drauflegen? Mann. Nein. Jetzt hat sie Rot. Jetzt hat sie doch Rot und legt. Sie hat doch jetzt 100 Pro Rot. 100 Pro hat sie Rot. Fragt doch vorher. Das war eh die einzigste Rote. Ne, ist nicht die einzigste. Egal. Das war die ganze Art mit euch spielen, oder? Scheiß. Das macht so viel Spaß. Ne, ich hab kein Bock mehr. Ich find das auch voll gut. Tobi, mach mal Rot. Achso, du musst es früher sagen. Nein. Das will ich nicht mehr spielen. Komisch. Versteh ich auch nicht. Müdigkeit. Ach, boah, komm ey. Das ist jetzt echt langweilig, Alter. Du bist so scheiße. Du bist so ein Kakun einfach. Ich will nicht mehr neben dem sitzen jetzt, Mann. Ich will nicht mehr neben dem sitzen, Mann. Ja, dann können wir die Plätze tauschen. Ich furze dir gleich mal ins Gesicht, Alter. Alter, Pan, warum? Ist das ein Angebot? Ja, wie, warum denn dich? Was ist denn? Lass dir was Neues einfallen, ey. Was soll das denn? Ja, Pan macht immer solche Karten. Gehindert. So, hier, mach mal Geld. Ja, schön. Find ich auch gut. Ja, find ich auch geil. Fuck. Ja, da bin ich aber dabei. Der hat eh ne vier Ziehenkarte. Ja, hab ich. 100, aber 100 pro. Ich gönn dir, Tobi. Komm. Jetzt muss ich aufpassen, was ich mir höre. Okay, Tobi, an dir hängts jetzt. Ich weiß, er hat aber eh gewonnen. Das würdest du nicht machen sollen. Danke, Tobi. Au. Au. Oh, scheiße. Als ob der nicht jetzt eh ne Karte hat, die er jetzt legen kann. Okay, er hat kein Blau. Er hat kein Blau. Sonst hätte das er gelegt, ne? Mhm. Ja, theoretisch. Oder er verarscht euch. Uns. Puh. Oh. Puh. Ja, sicher. Puh. Ja. Alter. Curry, was ist da los? Curry, wie findest du Uno so? Du warst bestimmt grün, ne? Oh. Ah. Vielen Dank, Curry. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Ciao, Tobi. Mann. Jawoll. Vielen Dank, Ren. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, das darf ich niemand da sein. Oh, no. Oh. Tobi hat nur noch zwei. Scheiße, Mann. Da müssen wir was gegen tun. Wir müssen uns sofort transformieren. Transformator. Fuck. Tobi. Lass es. Lass es, Tobi. Was? Boah. Das ging aber schnell jetzt. Ist mir jetzt egal. Oh, Erik. Erik. Nein. Erik. Nein. 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 Bleib. Bleib. Meinst du, hat der noch ne gelbe? Bleib. Bleib. Bleib dabei. Warum? Fick dich einfach. Bist du beschwungen? Alter, du hast so ein Lack, ne? Mir ist es egal. Mir ist es egal. Es ist keine gelbe. Es ist keine gelbe. Ne, das stimmt. Außer meine Unterhose. Die ist gelb. Oh nein, Pan kann legen, Alter. Du hättest legen können. Du hättest legen können. Ach so. Aber sie hat gelb behalten, damit Tobi nicht gewinnt. Okay, er hat keine gelbe. Er hat keine gelbe. Ich konnte keine legen. Ich konnte jetzt keine legen. Ich musste eine vom Stapel nehmen, obwohl ich gelb hatte. So. Hä? Ja. Stranger Things passieren hier. Tobi, was soll das? Aber egal. In den Kommentaren steht eh schon, was ich falsch gemacht habe. Erik, bist du eigentlich... Habe ich mich gleich mal? Was, was bin ich? Bist du Sheriff, hauptberuflich? Ja. Ich hoppe so herum. Geil. Ich bin ein Hoppehäschen. Hey Tobi, wie geht's dir so? Alter Tobi, was soll das denn jetzt? Gut, gut. Bis jetzt noch. Oder nicht immer hier. Also wir könnten jetzt dann ruhig mal die Farbe wechseln. Fände ich gut. Ja, toll. Ja. Das finde ich auch nicht schön. Alter. Alter. Soll ich dir beim Tragen helfen? Ey, beim Tragen helfen? Warte mal, dann kannst du mir vielleicht gleich beim Tragen helfen. Ja. Ja, Tobi, soll ich dir helfen? Ja, geil. Ja, geil. Jawoll, mein Gelb haben. Alles klar. Jawoll, Tobi. Großartig. Sehr, sehr gut. So läuft's. Bestimmt eine Gelbe gehabt. Soll ich dir beim Tragen helfen? Mann, Curry, ist das dein scheiß Ernst? Erik ist ja derjenige der, ne? Hä, was? Wieso ich? Ja, was soll ich denn machen? Kaum ich. Ich habe gehofft, dass du legen kannst. Was habe ich dir jetzt verbrochen? Boah. Alter, das ist hart. Viel Spaß, Pan. Boah, ist das krass. Boah, ist das krass. Dankeschön. Okay, wir müssen Erik zerstören. Komm. Pan hat jetzt bestimmen. Was habe ich jetzt für ihr gemacht? Tobi, es geht nicht anders. Ich bin so zurückhaltend. Ich bin so zurückhaltend die ganze Zeit. Ich fand dich da nass. Wir müssen Erik zerstören. Tschau, Tobi. Komm, hau die Vierer raus, Tobi. Komm, bitte. Ich habe keine. Ja! 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 Ich habe zu schnell reagiert. Nein! Ach komm, fick dich, Curry. Tobi. Was? Bitte, Tobi, bitte. Ich habe nichts. Nein! Ich hoffe einfach, dass du eine ziehst. Ach, fuck. Okay. Egal, komm. Ich hoffe immer, dass du eine ziehst, Tobi. Oh, wir sind wieder safe. Oh, safe. Oh, wir sind ja wirklich wieder safe. Geil. Hey, Ki! Für den Sonntag. Hey, Ki! Oh Gott. Oh Gott. Die Kamera so pfff. Das kriegen wir aber noch hin. Pai, kannst du legen? Diese Runde wird nie enden. Alter. Oh, nee. Jetzt geht das nicht aus. Diese Runde geht für ewig. Tobi gewinnt mit seinen 18 Karten. Kann ja alles legen. Das ist doch nicht wahr, Tobi. Ernsthaft. Du Bastard. Geil, Tobi. Ja, geil. Ist der Stapel gleich leer da oben? Oder was? Alter, was? Alter! 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 Guck mal, jetzt hast du wenigstens Gelb. Jetzt hat er wenigstens Gelb. Jetzt hat er wenigstens Gelb. Macht er nochmal? Macht er nochmal? Oh, fuck you, Alter. Leg mich einfach auf, ey. Du stinkst einfach richtig fett nach Hasenscheiße, weißt du das? Ja, danke, Tobi, weil du die Farbe gewechselt hast, Mann. Ey, warum müsst ihr denn alle immer blau aufgehen? Ich sehe meinen Stapel gar nicht mehr. Der hat schon zwei Seiten. 21 Karten noch. Der hat schon zwei Seiten mittlerweile. Alter! Ja, geil. Ja, warte mal, ich muss erstmal durchgucken. Ach, warum, wann habe ich den? Ich hab, das ist, ne, muss halt. Als ob du, ja genau, als ob du keine andere Karte hast. Hey, Amalaka. Tan, warum? Du Arschloch, du bist so ein Arschloch. Oh, die Buche, nee. Mann ist auch so ein Buster. Mann ist auch so ein Buster. Alter, du bist so ein Bisser. Du hast jetzt sicherlich andere Karten. Nee, hab ich nicht. Doch, hast du. Nein. Hast du. Der Erik geht jetzt mal auf die stille Treppe. Finde ich gut. Nee, komm mal 2,10 komm, Tobi. Ich komm gleich hoch und verprügelt dich, ey. Ich sag es dir, lass es. Hey, guck mal hier. Und ich hab ja mein letztes, mein letztes Hanute hab ich der Frau geschenkt, weißt du? Ja, danke dafür. Nee, ja. Hat der aber vorher angelegt. Das isste bestimmt gerade. Was mach ich denn jetzt? Mach nichts Falsches. Weib. Ich bin gleich wieder da. Ich dreh oben kurz die Haltung ab. Nein, bitte nicht. Oh Mann ey Pan, warum blau? Diese Runde ist für immer. Ja, wirklich. Ja, zack. Nice. GG. Sag mal das hier, jetzt mach ich mal den. Nein. Warum? Das macht die immer. Das macht die immer. Ja. Ja, geht denn mit dir? Man halt so ein Merch hört mit so einem Aussetzzeichen, Alter. Ich glaub was ich für ne Scheiße. Weil der Cop auch immer aussetzt. Fahnsetzen so. Ja, ist leider wahr. Alter. Der hat nicht verdanden. Kannst du nochmal resetten? Alter, sie legt die Eins, die natürlich niemand hat. Ja, komm, Alter. Oh mein Gott. Curry, hast du keine blauen Karten oder was? Curry, es geht nicht darum, die meisten Karten zu haben, ne? 19, Alter. Das sagst du mit deinen 21, die du grad hattest, Alter. Boah. Hab ich ne 8? Ich hab keine 8. Doch hab ich. Juh. Unfassbar. Ich hab auch ne 8 im Fahrrad. Nice. Ja, 3. Ne 8 im Fahrrad, Alter. Wir haben auch ne. Ich hab keine 3. Heute ist National History Joke Day. Okay. Alle am Aul. Alle einfach am Aul. Gefällt mir zumindest so. Schade. Ah, hier kannst du den hier. Ja, danke, Pan. Diese Musik geht mir langsam echt auf den Sack. Oh, was ist da los? Komm, Pan. Jetzt hat der Erik wieder ne 4-10-Karte und freust dich ein. Leck mich, Erik. Hä, was? Ich hab doch nix gemacht. Ich dachte so schöne 4-10-Karte. Und zuerst, Tobi. Alter, Pan. Ich stech dir die Reifen auf. Was für Reifen, Mann? So. Hä? Na geil. Wow. Nice. Toll. Jari, pass auf. Du hast keinen blauen. Ich hab keine blauen. Ich hab keine 7, Alter. Alles klar. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr geil. Oh, ist doch mal auch nix. Du, 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 du. Du, 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 du. Diese spanischer Gitarre immer. Mann. Ich hab ne Trompete gerade. Ich hab was Gutes gehabt gehabt. Hier, guckt mal. Ja. Cool. W. Ma got partido. Alles klar. O Gott. So gut. Da noiiiice. Äh. Geioui. Ach. Alles klar. Ah, schade. Ach, schön, ey. Ich hab' aber nicht gedrückt. Ach. Jawoll. Dankeschön. Ja, scheiße. Oh. 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 Wunderbar. Schön. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, ist klar, die nehme ich gerne. Dankeschön. Sehr gerne haste verdient. Oh. Ja, ach so. Ja. Ich gönn dir alle Karten dieser Welt. Ja, guck mal gleich mal. Guck mal gleich mal. Was denn? Was denn? Ist das ne Drohung? Oh, schön grün, schön. Ach, warum grün? Mach rot, Tobi. Jawoll, Tobi. Geil. Schade, aber okay. Geiler Typ. Geiler Typ. Mach's jut. Ja, komm Pan, komm. Jawoll, mach gelb. Geil, blau, danke. Das ist gut, Pan. Was? Hä? Der Tobi wird gefährlich. Ich sag's nur. Ja, ja, ich seh's gerade. Das ist gut, Pan. Das ist sehr gut. Erik, hast du irgendwas zum Karten ziehen? Das ist nicht gut, Erik. Nein, nein, nein. Ja, das ist sehr geil. Scheiße. Nein, ey. Oh, ja, Curry liegt eh drauf. Dreck mich, Curry. Okay, geil. Gut, dass ich keinen Blau hab, ey. Boah, Alter. Oh, nice. Ah, da, Tobi, ernst? Ich konnte, die hab ich gerade gezogen, tut mir leid. Ähm. Ja, na gut. Oh, ist okay. Ja, du bist doch so ein Wichskind, ne? Hat er gerade gezogen? Tobi, hast du Stress, oder was? Bist du ein bisschen aggressiv heute? Nee, passt. Oh, sehr geil. Nice. Ja, echt? Oh, alles klar. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich hab mal, Erik. High Five, bitte. Alter. Oh, nein, nein. Oh, nein, nein. Wie lach ich eigentlich überhaupt? Ah, da. So, Freunde. Unno. 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 Jetzt noch einmal Uno, sag. Briten Uno. Tobi. Ja, Erik hat ihn ziehen. Okay. Da kein E. Der hat wahrscheinlich irgendeine 4-Ziegen-Karte oder so. Ja. Oder der wünscht dir was-Karte. Alter, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Er blau. Hä? Wieso hat er blau? Nein, hat er nicht. Was ist los? Was? Echt? Oh, nein. Huh. Nicht er. Alle können gewinnen, nur nicht der. Was? Was soll das denn heißen? Bis zur nächsten Folge. Ich will nochmal Uno spielen. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö